Es ist das weltweit bedeutendste Handball-Event auf Clubebene und zugleich die größte Indoor-Sportveranstaltung in Europa. Das Finalwochenende der Europäischen Handball Champions League, das VELUX EHF Final Four. An zwei aufeinanderfolgenden Tagen kommen 40.000 Fans in die Lanxess Arena in Köln. Zusätzlich findet die Live-Übertragung auf Sky im europäischen Sportfernsehen und als Webstream statt. Elements Entertainment entwirft und produziert unter dem Motto Score More vier unterschiedliche Opening-Shows, unzählige Medien-Contents und eine Siegerehrung. Das von Elements Entertainment entwickelte Hashtag Score More definiert nicht nur die szenischen Inhalte der einzelnen Show-Sequenzen, sondern bündelt auch alle Social-Media-Aktivitäten rund um das Final Four. Jede der vier Opening-Shows illustriert darüber hinaus eine spezielle Thematik. Der Weg nach Köln, die Kunst des Handballs, sei ein Teil der Show und die Trophäe. Das Zentrum aller Shows ist die Verschmelzung von Musik, Video, Live-Performance und technischer Inszenierung zu einem emotionalen Gesamtmoment für die Fans. Eigens produzierte Videos und Animationen werden auf einen verfahrbaren Kubus aus gigantischen Rollleinwänden und auf das gesamte Spielfeld projiziert. So entstehen einzigartige, gewaltige Bildwelten. Der internationale Cast aus Artisten, Tänzern, Schauspielern und Sängern interagiert mit diesen Medien innerhalb der Gesamtinszenierung. Eine besondere Herausforderung ist die direkte Integration der Shows in den Turnierablauf. Jede Show endet unmittelbar mit dem Anwurf zum Spiel. Absolutes Highlight des Wochenendes ist das interaktive Fanshooting. Hunderte Fans werden von Zuschauern zu Akteuren und finden sich auf der riesigen Projektionsfläche als Teil der Show wieder. Aufgenommen werden diese Videos auf der großen Opening-Party, wo Fans in einer Greenbox zu dem Hit Seven Nation Army mittanzen und mit dem Schlachtruf Score More ihr Team anfeuern. Diese Fan-Videos werden dann musiksynchron in ein vorproduziertes Medien-Setting eingesetzt und die Fans somit hundertfach zum Hauptdarsteller der Show. Emotionale Fan-Momente bei der größten Indoor-Sportveranstaltung Europas. Gestaltet und produziert von Elements Entertainment. SWAT może! SWAT! SWAT! Untertitelung des ZDF, 2020